Das ist mein neues Kochmesser im Wert von 6'500 Franken, den ich zusammen mit einem der besten Messerschmieden auf der Welt machen durfte. Und als allererstes fährt es mal bei der Form. Da ich meistens mit Gemüse arbeite, habe ich mir ein Gemüsemesser machen lassen. Und dann geht es natürlich um die Materialien. Für den Griff haben wir Hirschhorn und türkisches Masernussholz verwendet. Ein extrem hochwertiges Material. Und das Messer an sich ist eine Damastklinge, die aus 285 Schichten Apex Ultra besteht. Und dieser Damaststahl macht Markus selber. Also er faltet den Stahl selber, bis er diese Schichten hat. In einem Ofen, der bis zu 1200 Grad heiss wird. Also wirklich höchste Präzisionsarbeit. Und genau deswegen kann das Messer bis zu 60 Arbeitsstunden brauchen, bis es fertig ist. Und bevor ich mein Messer überreicht bekomme, wird es natürlich noch geschliffen. Natürlich von Hand auf einem Schleifstein. Und dann merkst du, ah ok, ich ritze ganz leicht ein. Du musst nicht drücken bis du müde. So sieht mein wunderschöner, neuer, handgeschmiedeter Messer aus. und glaube ich, ist glaube ich. Vielen Dank.